Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2 Synergy Mod mit dem Trollplay Corn Dogs Ach ne, falsches Spiel Ne, ne, hier, das sind Fasern Also, egal Ja, hallo Ja, falsches Spiel Wo sind die Dinos? Ne, ganz falsches Spiel Oh, ich hab doch nicht so viel Gas So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen Am besten die nervigen Viecher überfahren Die springen immer, was soll ich denn da machen? Hilfe Hilfe Moment, irgendwer schießt ja auf uns Ich muss hier gerade einen Weg hoch finden, ne? Keine Ahnung Ich suche eher die Wo die Schüsse herkommen Das ist ein riesiges Areal Alter Was denn? Hast du mich jetzt gerade getroffen, oder was? Ja, wir gehen baden Tschüss, Mann So Das sind Adlion Sind das, ne? Adlion Ah, das interessiert uns eh nicht Weißt du, das ist so ein Ding Soll ich da drauf drücken? Ah, hier, hier müssen wir hin Oh, Headshot Down Der Combined Soldier hat mir einen Headshot verpasst Aber was ist das, was wir da aktivieren? Lebst du wieder? Ja, ich bin hier oben hinter dir Da Oh, verdammt Alter, alter, alter Oh, verdammt Alter, alter Oh, verdammt Hinter dir Oh, verdammt Wo werde ich denn jetzt beschossen? Von da hinten Was? Wo? Da hinten auf dem Nice Ist schon So, hier geht's runter Das heißt, hier können wir hoch Hier können wir nicht rein Das heißt, hier müssen wir hoch Hui Hier vorne haben wir eine Munitionskiste Eine Granate habe ich noch Okay, wie kriegen wir das da runter? Müssen wir wahrscheinlich hier auf diesen Ding hier rauf Ja Ich kehre da mal ganz kurz hoch, ne? Ja, ja, ich folge dir mal Ne, warte mal Warte da unten Ich mache das doch schon Dann kannst du doch gleich über die Brücke Ja, ja, aber warum soll ich als Versuchskaninchen immer vorrennen? Wow Ähm Schieß die Typen da ab Und wenn du mir sagst, wo die sind Ach, da unten Oh, verdammt Alter, ich bin tot Ich sehe um dich rum nur die Kugeln einschlagen Ja, komm So, jetzt muss ich Tadaa Oh, verdammt Äh, hier kann ich auch steigen Kann ich auch steigen Glaub mir, das willst du auch gar nicht Doch, will ich, aber Ich will ein bisschen vorsichtiger vorangehen als du Jetzt muss ich nur noch runterkommen Am besten lebend Ja Alter Wo? Komm raus, du Feigling Komm Ich glaube, ich habe ihn getötet Alter Gott, der ist noch hinter dir Was? Der war noch hinter dir Hm, mir ist viel Spaß mit dem, was da rauskommt Mama Hallo Mama, 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 Mama Da kommt eine Granate Hasta la vista Baby Ernsthaft Ernsthaft mit einer Shotgun So ein Wichser Toll Und Kordi zahlt sie mal Warte, da drin sind noch zwei, drei Höh Ich sag noch, da ist was Alter Verwalter Verwalter Oh, jetzt sind wir hier schon wieder Jetzt langt mir, aber Mir auch Warte mal Ich glaube, wir haben da drin schon mal ein paar getötet Werden wir gleich sehen Ich renne da jetzt hin und baller da Eine Granate rein Du klaust mir mal Idee Wer hier wessen Idee klaut Ich wollte immer Granatwerfer rein Oh, scheiße, die hatten die gleiche Idee Verdammt, ich habe leider keinen erwischt Alter, du hast mir die Granate in den Kopf geworfen Mama Granate 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 Alter Alter, du rennst nur voll in meine Rakete rein Alter Da kamen zwei Leichen rausgeflogen, ist das normal? Was machst du? Ich habe gerade alle meine Raketenmunition an denen verballert So, ist hier noch jemand? Will hier noch jemand was? Hat jemand noch zu wenig oder nicht genug? Kommt her, kommt, was ist? Moon, 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 Moon Nicht viel, aber ein bisschen Oh, hier ist ein Hebel Ich betätige den mal Halt So Oh, dann geht hier das Tor auf Cody, gehst du vor? Ja, ja, wie immer, ne? Du, 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 da war einer Da sind Oh, du Scheiße Bist du? Das gibt's doch nicht! Hä? Ich habe einen erwischt mit der Granate Alter So, der ist auch weg Nächster Bin da Hier geht's nur runter Sieht leer aus Hier ist auch leer Das heißt, dann müssen wir hier durch diese Tür durch Soll ich vorgehen? Hier ist nix Toll, wieder offene Pläne Ich sowas hasse Alles hier offen Alles hier lieb Hey, da ist nix Wir will uns mal nix töten Aber hier ist die Straße weiter Hm, bei den Lkw kommen wir nicht rein Hallo, guck dir mal den Platten an Und hinten fehlen die Reifen Ich habe jetzt mal keinen Bock zu laufen Nee, warte mal Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen Müssen wir den... das Fahrzeug vielleicht mit dem Magneten hier hochholen? Du, wäre vielleicht ne Idee Hä? Aber warte mal, kommen wir überhaupt mit dem Fahrzeug lang? Nee, kommen wir ja gar nicht Toll, jetzt bin ich schon unten Nächste Frage ist, wo ist das Fahrzeug überhaupt? Falls es überhaupt noch da ist Ja, da steht's Also ich kann's... klar, ich kann's jetzt mit dem Magneten holen, aber... Bin doch schon dabei Ich wüsste aber jetzt nicht, wohin Jetzt kannst du hier nix abladen Ich komme auch nicht mehr auf den Kran hoch Weil der sich gerade sinnlos durch die Gegend rät Aber doch, hier muss irgendwas sein, weil hier ist ne Schanze Durch das Tor hier musst du irgendwie durch Arne, hier kannst du durch das durch Ich komme aber nicht auf den Kran hoch, ne? Warte, ich komme Warte, ich komme Warte, ich komme Hä? So, ich kümmere mich drum Was ist das Fahrzeug? Wo ist das Auto? Links Bei dem Ding Genau da Gravitation hat Corti erwischt Gar nicht Gar nicht Das war die... der Aufschlag, der mich getötet hat Ich komme Ich komme Oh mein Bein Oh mein Bein? Ja, wie willst du fahren? Oh mein Gott, dass ich mich darauf einlasse Vielleicht wär dann auch diese Etappe hier ein bisschen einfacher gewesen Wahrscheinlich Ja, Corti, ein bisschen mehr nach rechts Wäre nicht schlecht, hä? Ach, sei still Du hast deinen Führerschein gemacht bei Aldi Nidl Oh Gott Schieß das Ding nochmal ab Neeee Oh mein Gott Ähm, ich weiß nicht Oh ne, oder? Haben wir jetzt echt noch einen Hubschrauberkampf vor uns wegen dem Corti? Ja? Ja, irgendwer muss jetzt hier ähm Alter, ich kann doch so krass Wo ist denn der Hubschrauber? Wieso Hubschrauber? Achso, das ist der Punkt Und tschüss So kann man's auch machen Ok, dann hol ich mal den Wagen und dann Ich muss grad sagen, nimm den gleich mit Na komm, hol ihn So, wunderbar Shit Hä? Der ist mir abhandengekommen Was heißt abhandengekommen? Na, sagen wir's mal so Er ist äh, geradeaus durch bei dir runtergefallen Geradeaus durch bei mir? Ja, hinten, hinten am Strand ist er Lauf ich richtig? Ja Ich seh ihn nicht da Er musste da irgendwo sein Er ist nicht abhandengekommen Oh Leute, nervt nicht Warte, ich muss kurz was machen und dann hol ich dich hoch, ja? Ne, bleib doch da Ähm, warte, ich komm mal Na komm, Alter Na, komm Alter Na, jetzt ist ein bisschen Verzieher bei mir Jetzt schnappt er diesen Wagen Übe So 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 kordi, setz dich rein und balla sie ab Er hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Gibt Stoff über Phase. Du, Tro. Ja? Ich hab's zerfetzt. Und du bist noch nicht respawned? Nein. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Hol mal das Auto. Ja. Warte, jetzt müssen wir anders. Alter, sollst du alles abruhen? Er hat sich festgehangen. Ja, ja. Kann man halt immer sagen. Na komm. Komm, beruhig dich. Hör auf zu pendeln. Mach doch mal hin da oben. So, ich versuch, ihn jetzt näher zu dir ranzutransportieren, ne? Hm. Na, noch hab ich die Gegner nicht ge... Äh. Wow. Trudel, trudel, trudel. Es sieht interessant aus, wie das Ding da oben rum balanciert. Alter. Alter. Das hast du hoffentlich jetzt nicht gesehen. Genau das hab ich gesehen. Aber genau das. So. Will noch jemand was? Du hast nicht einen getötet. Doch, jetzt. Da sind aber noch welche. Da kommt eine Granate schon wieder rausgerollt. Mama. Wenn die ja nicht so viel mit Granaten schmeißen würden, wäre ja alles in Ordnung. Au. Gott, die nicht sterben. Nicht sterben, bleib weg. Hä? Ich bin tot. Warte, bis ich neu gestartet bin. Okay. Ich hab nämlich auch nicht mehr viel Energie. Komm schon. Starte neu. Danke, ich bin wieder da. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich schräfft den auch mit Raketen. nein 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 wo läuft er hin so warte ich hab eine granate er ist tot da lunst du nur einmal um die ecke drei vier stück sind da noch drin wo werfen wir mit den granaten hin das frage ich mich auch in der ummodium alon das schöne raketenwerfer ist man trifft noch nie was Von wo werde ich dann jetzt schon wieder angeballert? So, unten aus den Räumen Also am besten ist immer noch Planvertrieb Fuck, ich bin gleich tot Jetzt ist Ruhe Echt? Warte, ich mach das Tor auf Was machst du? Findest du das lustig? Bleib du mal hinten Ich sag, du bleib hinten Hau ab, hau ab Alter Und hinter dir ist noch ein Wagen, ne? Da ist wieder noch ein Bike Vorsicht, jetzt kommt einer Ne, kommt grad keiner Nimm den anderen Wagen, nimm den anderen Wagen Oh, oh, er hat mal hier gespeichert Alter Was denn? Boah, berganfahren, ey Wow Oh verdammt Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt Jikes Ich hab noch drei Energie Nein, er hat mich erwischt Toll, und Cordy rächt mich So muss der es, ne? Mehr war hier nicht Gut Jetzt stehen hier schon drei Autos Ja, ich seh's grad Dass eine Autos wieder respawnen, nachdem ich tot war Find ich praktisch Gut, find ich auch, dass er, ne? Jetzt endlich mal hier respawned Ja, alter Das wird eine extrem lange Folge Mhm Alter, scheiß Was? Turbo Blöd So Hat einen leichten Linksdrall, oder? Nur für solche Szenen würde ich manchmal gerne einfach Dings Ein Gamepad anschließen Warum nicht? Warum nicht? Ich hab den Turbo gedrückt Und wie's weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge Und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten Gehabt euch wohl und tschüss Und ich bin auch dort rein Tschüss Tschüss Tschüss